ja hallo und herzlich willkommen zu black ops 2 revolution ich habe mir das pack jetzt mal gekauft im dlc und wollen wir doch direkt mal hier uns die maps anschauen es gibt ja vier neue maps eine neue waffe ja schauen wir uns die mal an und im zombie modus gibt es noch eine zusätzliche map und ein zusätzlich modi so da haben wir jetzt zum beispiel schon downhill und mirage wir nehmen mal mirage warten erst mal auf andere spieler also bisher gefällt mir das schon sehr nur irgendwie finde ich es in herrschaft nicht sehr ausgeglichen wenn einer mal die mitte hat dann ist die sowas von schwer zu bekommen da habe ich irgendwie bei anderen maps nicht so die probleme gehabt also bei den alten im grunde genommen gefällt mir der dlc auf jeden fall hier kommen keine spieler ich gehe mal raus gehe wieder rein hier revolution team test match hier ist schon besser aus hier haben wir noch eine map hydro ja alle stubs schalten so stumm schalten kommen hier noch mal den letzten auch noch menschen wieder raus ein bisschen erkältet aber jetzt ist aber mal gut hier so verbleibende zeit ist abgelaufen wir haben downhill jetzt können wir die noch mal hier zack geht es jetzt gleich auch schon los ich werde mal ich glaube ich habe die hier drin habe ich nicht drin nächstes match werde ich mir die neue waffe die peacemaker friedensstifter mal anschauen für euch die ist ganz okay ist halt halb mp und halbes sturmgewehr naja wer aufsteht so das sind wir auch schon das war natürlich ganz schlecht da gewartet wir sind so gondeln oder gegen kommt noch einer von hinten wir unten links sehen kann diese halb weiße waffe ist diese friedensstifte ich habe auch länger nicht wirklich gespielt also wenn ich jetzt hier nicht mal so gut aussehen ach wenigstens eingeholt dann verzeiht mir das doch so viele spiele die ich im moment spiele außer schute ja das ist so ein campplatz wo er da drin ist das ist ziemlich nervig hier zum beispiel so eine gondel ach ich treffe auch heute gar nichts nicht nur dieses große fenster wo sind die denn alle hier haben wir ok da war nichts ach war das denn jetzt ehrlich den haben wir auch noch geholt nein schlecht echt schlecht heute schnell die gondel kommt da hinten war doch einer tja der ist weg so das kollege hier ist nichts wieder auf der anderen seite das ist die friedensstifte nehmen wir mal was ist denn hier denn drauf nicht wirklich was tolles äh ja wo geht das denn so bei fraps naja ich glaube ich sollte nachher mal auf 60 ps das ist ordentlich funktioniert die macht doch nicht wirklich viel schaden ach da oben wieder oh man ey verbündete drohne nähert sich den hammer den camper aber wir haben direkt von dem anderen noch abgeschossen wir sind noch am führen ach komm drei schuss in die brust der müsste tot sein ey der kämpft da schon wieder das gibt es nicht immer diese camper man wo soll hin abschuss bestätigt füße gesehen gucken ob wir hier einen camper finden wo wir grad nicht hin können nein jump wir mal raus hier komm schon komm schon komm schon noch einer kurz nachladen so so ich tja deine waffe war leer junge vorne war einer drohne und holen uns mal ein paar vorräte vorräte unterwegs wenn man mal vorher überlegen soll auf die beine was dann kriegsmaschine bereits kriegsmaschine wow das war knapp sonderer das gar nicht nicht da war keiner von uns so nein da sind jetzt erst aber immer noch nicht zufrieden mit meiner leistung hier es geht besser Achtung feindliche hunter killer drohne unterwegs so nehmen wir nochmal die hier kriegsmaschine ich bin einfach mal keine ahnung einfach mal so einfach weil ich es kann ja bin dann nachladen halt ja nicht so viel von dieser komischen waffe die kann man nämlich sogar jetzt evan ok der ist weg dann gehen wir doch weiter hier hin die habe ich zwar getroffen aber ist nicht gestorben gucken ob wir das hier so hinkriegen ok den haben wir 2211 naja naja lol wir kämpft schade sieg geht doch oh da war aber knapp 75 74 ja dann werde ich jetzt gleich auf jeden Fall direkt rüber schalten zur nächsten map viel spaß ja da sind wir auch schon direkt bei der nächsten map hydro der indos pakistan da empfiehlt sich eigentlich ja die friedensstifter die ich aber jetzt leider immer noch nicht habe aber vielleicht finden wir von jemanden einen weil es ziemlich viele benutzen soo hier müsste sich jetzt direkt einer rauskommen da hat es mal kurz geleckt aber den haben wir gekriegt springen wir mal hier um die ecke das war nix oh wow den haben wir ja so hier ist so ein camp gebiet hier das ist keiner ja da ist ne friedensstifter nehmen wir die mal da oben ist so ein camper ja es ist ziemlich super das ist auch hier gar nicht so eine Was tanken die eigentlich immer alle? Komm schon, komm schon, komm schon Uh, Headshot, der war gut Mit der Friedensstücke So Haben wir einen erwischt? Mal gucken, ob wir den noch haben Äh, du Blitz Assist Naja, vielleicht hat er mir auch das Leben gerettet, also meckere ich mich Ey Freund Hinter dem Beton, weißt du? Warum campen die alle? Ich check's nicht, macht das so viel Spaß So Ach komm, ich hab den noch so oft erwischt Oh, das war so klar, dass jetzt einer sich einmischt Wir sind doch irgendwie 4 gegen 5 Grad gewesen, wir haben uns einen dazugekriegt Letzt haben 30 FPS und trotzdem hab ich leckert Ruckeln können Jetzt hört man ja, äh, die Typen Und jetzt sollte man unten aus dem Wasser rausgehen, weil das geflutet wird So, jetzt nicht mehr Okay Während der Durchsage halt Vielleicht sehen wir das nachher auch nochmal Wenn man einfach da rein springt, ist man sofort tot, also weiß ich nicht Wie Gift oder so Ich find hier auch keinen mehr Ich find hier auch keinen mehr Ach, owned Oh, oh, oh Fuck Oh, 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 schnell hoch und den anderen hier Das geht gar nicht Komm schon, komm schon Oh, da kommt einer von der anderen Seite Komm wir ja, Komm Wunder Kommen wir hier hoch? Nee, kommen wir nicht So, weiter Wir sind ja schon fast eigentlich nur noch unsere Leute Komm schon Oh, also die Runde ist richtig schlecht Ich mag die Map auch überhaupt nicht nehmen wir noch mal hier die friedensstiftung nachladen mit schalldämpfer wir gewinnen diesen kampf ah, stun niemal diese stunts was ist er denn? ok ah da ist man geschädigt, da kommt direkt der zweite an sowas lieb ich ja was? ja, den haben wir noch erwischt nee, nee immer noch im Minus das kann doch nicht sein was? ich hab dir noch mindestens einmal bei zwei irgendwie geschossen können wir doch besser hier kommt da wieder einer der hat er der hat er ich lass mich einfach mal dahin guck mal runter hier gucken ob der Camper hier immer noch da ist nee aber egal den habe ich zwar auch gesehen aber da ich eh gerade auf den anderen war hast du halt schon wow 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 guck mal guck mal so hin war doch hier Mann ich treff nicht das gibt es nicht ich wollte irgendwie aus der Schussreichweite aber er hat ziemlich viel Schuss schon mal an seiner Waffe wie ich hier ich hab doch nachgezogen ich hab doch nachgezogen kann doch nicht sein ah ok ohne ziel ja ist manchmal die bessere Variante einfach so draufhauen ich hab einen Lidschlag ich hab einen Lidschlag wow so haben wir das überlebt war doch einer ne Mann wir haben einen Runner am Team scheinbar ist aber schnell der kommt doch einer wo ist er hin wo ist er hin oh ach super hat der andere sich den geschnappt pfff Mist ich nehm mal eine andere Waffe für die Skorpion in der warte in der warte in der warte was soll man das ist für ne Sprache verbündete Vorräte unterwegs auf den Schuh he 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 und ja boah hey das gibt's nicht ok den haben wir wir haben den Vorteil errungen ich hab ewig nicht mehr mit der Skorpion gespielt nein war das knapp vorhin gewonnen ganz knapp und jetzt verloren ja weil ich jetzt total schlecht war naja kann nicht alles haben ich mach mal so ein was ist das denn jo ich schieße manchmal in den Arm und der stirbt nicht ist klar manchmal zu unrealistisch naja egal wir sehen uns bei der nächsten map soo da sind wir auch wieder bei Grind wenn ihr seht ist das hier so ein Skatepark ziemlich cool sehr cool design eigentlich kann eigentlich auch die Halfpipes hoch und sowas wow 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 den hab ich gar nicht gesehen man kann das hier auch hier abpassen von außen hier rein werfen mit den Granaten oah hier ist das halt ein bisschen Übung vorne ist ein Sniper hier auf dem Sniperpump unten aus die Weine da war doch einer ob da keiner kommt wir haben den Vorteil verloren ja so ein Schott du Garnetypen hier gehen wir mal hier rein noch eine Granate dahin wow wow ach komm ich wollte mich erstmal retten das bringt manchmal irgendwie überhaupt nichts hm seltsam da war doch einer wow 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 ah fuck was der war direkt neben mir ja Assists ist klar komm Mann ey hier ist eine ziemlich nervige Ecke aah ey man kann halt von überall irgendwie abgeschossen werden sollte sich echt zehnmal umdrehen ist tot Laserpointer for the win ohne geht das ja auch aber ja da ich eh wenn ich in Übung bin lass ich das so diesmal gehen wir hier runter ich hab ihn noch getroffen das hat nicht ausgereicht Drohne nähert sich Drohne ist gut werfen wir mal eine Granate noch eine Stung Einer haben wir getroffen damit so den haben wir auch oh oh okay da kämmt ja einer so den haben wir einen haben wir den anderen holt er sich jetzt Drohne so abfahren ich wollte mich grad hinlegen Sniper ha wie oft muss ich den denn bitte treffen da werfen wir mal eine Granate wieder da hin ah das ist keiner schade seit drüber werfen okay das hat auch nichts gemacht okay gemessert die sind bestimmt alle hier oh wo sind wir denn alle gehen wir mal rechts der ist alleine gegen zwei oder sowas oh wie schlecht ich hab nicht einmal getroffen war da einer? ja egal Abschuss bestätigt abgeschossen hoppala wow 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 ich glaub ich werd von hinten geschossen den holen wir uns auch noch Really? oh mein Gott so schlecht ja von mir krasse Sache auf stehende Ziele äh man eigentlich denkt dass die sich bewegen irgendwie war der einfach aufgab ok war nix wow war hinter uns beziehungsweise hinter ihm gewesen so den haben wir immer noch beschossen werfen wir noch ne stun rein laufen dann rein so schnell regenerieren hier kommt aber bestimmt gleich einer so so gehen wir mal den weg er ist tot ja schade direkt hier wieder gespawnt verdammt hab ich direkt nochmal erwischt Granate oh die ging gegen die Decke hab ich fast selbst gekillt Erschütterungsgranate geworfen das Ziel ist fast erfüllt nicht aufgeben hallo doch stehen ausgeschaltet Kopfschuss zielgerichtet pfff ne 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 nicht so zielen manchmal Erschütterungsgranate geworfen er ist erledigt noch vier stück oh Glück gehabt er da war noch einer haben wir einen da ist noch einer gewesen ne doch nicht schnell rein feindliche Drohne näher zu so machen wir noch einen letzten Abschluss hier irgendwie oder nein egal Sieg und erster das war zweifellos gute Arbeit ja die Map gefällt mir am besten von den Maps so dann bleibt uns ja eigentlich nur noch die Mirage Map wie viel hält der denn aus krass naja dann bis zur Mirage Map schalten wir direkt rüber so wir haben endlich mal ein Match mit Mirage irgendwie wollen dass die Leute nicht spielen ich weiß es auch nicht warum ich finde die eigentlich ganz cool in der Wüste Gobi Scheiners nehmen wir mal die Friedensstifter schauen wir was wir damit reißen können eigentlich nicht so viel finde ich aber naja sie schießt mir zu langsam gehen wir mal direkt hier zack davon nachher irgendwie eine Mine hin hier ist falsch hier können wir es hinlegen so okay egal man sieht ziemlich viel Sand ist da gerade einer hergezogen oder? oooohh macht schon manchmal viel Schaden aber wenn man richtig trifft wie beim Sturmgewehr ja immer nicht so ist auch wenn es bei MPS ja auszuwählen ist wir haben die Kontrolle übernommen links rechts links rechts ok boah das habe ich jetzt nicht gerechnet dass der jetzt doch hierhin kommt super geworfen super geworfen wow die hört sich doch gar nicht mal so schlecht an hat da nicht noch einer? oh da kommt einer von hinten wie immer was? oooohh der läuft hier mit Tomahawk rum fühlt sich ja ganz toll hier, oder? naja ja was soll das? Schütze am Boden wenn die Sachen einfach kaputt machen ganz ehrlich das geht ja nicht, ne? ist auch ziemlich präzise und schlägt einfach nicht so sehr aus aha der spinnt doch voll der Runner aber halt mit Tomahawk und Pistole und Schild voll daneben hätte ich nicht zielen sollen stirb halt krassere Sache der ist tot wo soll der jetzt hin? äh super ja ach das sagst du jetzt erst interessant interessant Sprengladung geworfen Sicherheit das gibt es doch nicht mein Team scheint noch schlechter zu sein als ich gar nicht gut Achtung feindliche Drohne nähert sich na toll ja dann hat das genau gesehen dass ich da bin großes Kino großes Kino hm boah kriegen wir diesen komischen Typen da mal wieder zu sehen wow 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 krasser Typ ja Pfff Pistolenhaini ey abgeschossen der ist zu mir einfach zu schießen aber der ist ja ganz normale Waffe leer geschossen egal friedensschrifter Dump noch Dump noch nein ich hab dich falsch umgedreht ja das war klar ja ist ja auch einfach einen gestunnten Typen mit zu killen wie ich es auch grad gemacht hab hm oh die macht aber nicht grad viel Schaden ich dachte wir einfach tot nach den paar Treffern aber nix da sollte echt durchziehen boah war das schlecht war auch noch einer weniger mittlerweile das nächste Mal will ich einsatz sehen ja das war halt Mirage und äh das DLC Pack Revolution eigentlich ganz gelungen geworden werd auch noch natürlich äh Zombie Modus anspielen und hochladen dann sag ich bis zum nächsten Mal Euer Ninkernos